Sind Sie glücklich? Sind Sie erfolgreich? Spüren Sie jeden Tag, was es bedeutet, einzigartig zu sein? Glück braucht Erfolg. Aber Erfolg ist mehr als Glück. Viel mehr. Der Motivationsexperte Dirk Schmidt weiß, Erfolg braucht Motivation. Ich setze nicht auf ambastische Show-Effekte, die Unsummen kosten, aber ganz schnell wieder verpuffen. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass die Menschen, nachdem ich ihnen die nötigen Werkzeuge an die Hand gegeben habe, meine Strategien und Methoden völlig unabhängig von meiner Person nachhaltig anwenden können. Erfolg braucht Motivation und Vorbilder. Ich war sehr begeistert von Ihnen. Super toll. Spitze. Macht das richtig gut. Ist ein Vertriebler. Durch und durch. Weiß, was er redet. Kriegt man nicht klein. Was mich begeistert, ist einfach, wie authentisch er es rüberbringt. Kaum etwas fasziniert, begeistert und motiviert uns stärker als sportliche Höchstleistungen. Dirk Schmidt ist Experte für Motivation, Redner und Autor. Einem großen Publikum wurde er durch TV-Sendungen unter anderem bei RTL, Sat.1, WDR, N24 und Kabel 1 bekannt. Der lebt es. Der hat uns angezündet. Der hat es sich nicht nur vorgetragen, sondern wirklich gelebt. Es war fantastisch. Anlehnend an seine Bestseller und Veröffentlichungen hält er Vorträge und bietet Seminare zum Thema Motivation und Erfolg an. Als Coach vieler Leistungssportler, Weltmeister und Olympiateilnehmer hat Dirk Schmidt einen fundierten Einblick in die Welt des Hochleistungssports. Mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen aus dem Spitzensport vermittelt Dirk Schmidt in begeisternder Art und Weise Konzepte für ihren Unternehmenserfolg. Ich werde mir morgen Post-its kaufen und mein persönliches Ziel da drauf schreiben. Das nehme ich mit. Also wirklich mitreißend. Ich werde viel mitnehmen und habe mir auch Urlaubslektüre mitgenommen. In erster Linie geht es darum, von dem Besten zu lehnen. Um das Beste aus dem eigenen Leben zu machen. Es geht auch darum, den eigenen inneren Schweinehund zu besiegen und im Alltag zu triumphieren. Und in den entscheidenden Situationen die eigene emotionale oder geistige Handbremse zu lösen. Talent und Technik haben wir alle genug. Dann, wenn es entscheidend ist, zählt unser Wille, unsere mentale Stärke und unsere Einstellung. Gewonnen wird nicht an der Börse, im Büro oder im Betrieb. Gewonnen wird im Kopf. Dirk Schmidt Motivationstrainer Dirk Schmidt Motivation Vielen Dank.